Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich bin hier mit dem neuen Chat für die Schweizer unterwegs. Sie wollen den kaufen. Jetzt sollten Sie eine Testfraut machen. Jetzt mache ich den. Sie fliegen jetzt zweimal ums Bundeshaus. Und dann lasse ich den Betrag, wenn ich den 20 Kilo Hirn runterkomme. Das kann ja nie schaden. Das kann ja nie schaden. Hier und hier drin noch ein paar Wurzungen auflesen, die Sie jetzt brauchen können. Nur zum Sägen. Okay. Ich lasse den langsam an den Motorrad. Jetzt gehen Sie auf die Seite. So geht es dann gleich los. Okay, das ist schön. Okay, ich habe noch den Hütten. Oh, ich habe den Hütten. Ja, wirklich. Hier.